Ich guck mal bei Videos und Fotos rein, Leute, ihr könnt gerne da Videos reinsenden, ihr wisst, ne, jeden Tag gleiche Geschichte. Mia rennt, ach nö, Leute. Digga, das hat 5 Millionen Aufrufe, das hat 5 Millionen Aufrufe und 28 Likes und 7K Dislikes. Kommentare sind deaktiviert. Guck mal, wer ist das denn? Guten Morgen, Klasse 5A. Das ist der Lehrer, ach so, Krawatte geht einfach bis zu seinen Knien. Guten Morgen, Herr Direktor. Ich hab hier eine neue Schülerin mitgebracht. Willst du nicht selber dein Name sein? Mia. Ich muss jetzt leider gehen. Auf Wiedersehen, Klasse 5A. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Können wir das bitte so machen, dass ihr das auch so im Chat machen, wenn ich den Stream starte? Ich schreib alle nichts in den Chat und wenn ich in der Facecam zu sehen bin, möchte ich, dass ihr sagt. Guten Morgen, Herr Gigant. Ja, wo kann ich jetzt neben Johannes setzen? Hier. Was willst du? Hä? Setz dich woanders hin. Digga, was ist das denn für einer? Warum macht er jetzt so? Warum macht er jetzt den hier? Bro, die Arm ist gerade in die Klasse gekommen. Er sagt, was willst du? Setz dich woanders hin. Oh nein, jetzt geht's los. Ja! Hä? Hä? Kommt hoch. Noppe! Hä? What the fuck? Bitte! Lass uns ja immer den Filler von Mia wegnehmen. Oh ja, voll die gute Idee, die wird bestimmt voll Eingabe kommen. Wollen wir nachher nehmen die Tuff noch? Ja. Oh, was soll das? Digga, vor allem die Klasse, die hat noch nicht ein Wort gesagt, die wird komplett kaputt gemacht. Die wird komplett auseinandergenommen. Wollen wir fangen an zu spielen? Ja. Spielt ihr alle mit? Ja. Wollen wir mal Mia fragen, ob sie mitspielen will? Ja. Und wenn sie dann ja sagt, sagen wir einfach, darfst du einfach nicht. Ja. Hä? Hopps. Hopps genommen. Ja, das machen wir, das ist eine wahre Idee. Willst du mitspielen? Mhm. Darfst du aber nicht. Tja, Pech gehabt. Kannst du Fußball spielen? Mhm. Kannst du tanzen? Nee, du kannst gar nichts. Geh zurück in den. Geh zurück in den Land. Hä? Boah, Alter, was ging am Ende ab? Am Ende hat die komplett reingeschissen, auch wenn das geactet war, Digga. Die hat ja am Ende komplett ins Gesicht, komplett ins Gesicht gedrückt. Alter, what the f***? Oh no, die Arme. Oh no, die Arme. Das ist satch. Oh no. Hi, Mia. Hi, Mia. Du bist mir echt leid. Ich bin auf deiner Seite. Danke. Weißt du vielleicht, wie ich irgendwie beliebter in der Klasse werden kann? Hol dir ne nice Dior Bag und Gucci Schuhe und hab das neueste iPhone. Hm, keine Ahnung. Ich könnte ja vielleicht was beim Wecker klauen. Ja, soll ich zum Beweis füllen? Hm. Komm. Hm. Enlisted? Äh, ja, in drei Minuten. Ich komm in drei Minuten rein. Ich komm in drei Minuten rein. Ich komm in drei Minuten. Hä, was ist denn jetzt los? Shit, da ist wirklich. Hä, wer ist er denn, Digga? Leute, guckt mal, ich hab euch was Milch gebracht. Hä? Guten Morgen, Klasse 5A. Guten Morgen, Frau Meier. Ey, Digga, wirklich, es ist wirklich langsam. Digga, kannst du nicht wie ein normaler Mensch kurz drei Minuten warten? Das sind drei Minuten! Wieso musst du immer direkt absch... Wieso? Guck dir den an, guck dir den an, Digga. Ey, Bro, wirklich. So ein Hund aber auch, ne? Guck doch mal hier mit. Guck mit, was mit Mia hier passiert. Guck, was mit Mia passiert. Eindeutig, du hast geklaut. Ich will jetzt den direkt los. Scheiße, die Mia hat geklaut wegen dir. Kevin, Mann. Pech gehabt, Mia. Er wurde einfach getimoutet. Guck, was mit Mia passiert. Die hat geklaut. Der ist wirklich insane. Er kommt hier rein, kurze Zeit später. Noch zwei Minuten, dann bin ich da. Oh Mist, wo sind sie denn alle? Komm, wir müssen sie suchen. Da ist sie. Leute, wir haben sie gefunden. Ey, weißt du, ich will das hier entspannt gucken. Wir gucken da später weiter. Ey, das ist wirklich einfach ekelhaft. Wirklich. Finde ich schade, weißt du. Man kann auch nicht kurz drei Minuten warten und sagen, okay, wir warten kurz drei Minuten. Wir starten schon mal das Spiel. Nein, Digga, man muss direkt komplett reintrollen wieder, ne? Wirklich. Einfach schade. Einfach ekelhaft. Schade. Weißt du, kommt hier rein. Ja, ihr seid ehrenlos. Ihr seid ehrenlos, weil ihr nicht mal drei Minuten wartet. Wisst ihr was? Hier. Wir gucken jetzt weiter. Ihr wartet noch anderthalb Minuten. Oh no, das ist Satch. Leute, das ist Satch. Hört mal auf, jetzt ehrenlos zu schreiben. Guck mal, die Mia ist traurig, Alter. Das ist Satch und nicht ehrenlos. Hört auf, das passt gerade gar nicht zur Stimmung, ja? Das ist wirklich Satch. Das Dach nie wieder vorkommt. Was habt ihr gemacht? Die kommt aus Polen und ist neu. So doll wollten wir es eigentlich nicht. Wollt ihr noch was sagen? Nein! Und du Mia? Das war echt blöd von mir. Das mache ich nicht mehr. Mir tut es auch leid. Und auch. Wir werden dich nie wieder ärgern. Das tut uns nicht leid. Oh. Wir Kinder sind doch alle gleich. Wie cool, Mann. Wie cool. Der Kevin ist so ein Autist. Das ist wirklich insane, Digga. Wirklich einfach nur anders. Deshalb kommt jetzt erstmal mein Deedlingslied. Ist dies zu, Mann? He? Kımplüssini au Kabator. Oh la, oh la. Oh la, oh la. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich kaufte in Listed, Kevin. Ich kaube direkt. Scott. Bis zum nächsten Mal.